Hier erhalten Sie einen ersten Einblick in SolidWorks Electrical. Für Unternehmen, die Geräte mit elektrischen Komponenten entwerfen oder herstellen, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von entscheidender Bedeutung. SolidWorks Electrical ist eine leistungsstarke schematische Konstruktionssoftware, die Elektroingenieuren alle notwendigen Funktionen zur Durchführung ihrer Projekte bietet. Benutzer können mühelos an mehreren Elektroprojekten gleichzeitig arbeiten und zusammenarbeiten, umfassende Schaltbilder erstellen, automatische Berichte und Stücklisten generieren und sogar Herstellungsinformationen oder Anleitungen mit einbeziehen. Innovative Funktionen wie das auf einem Strang basierende schematische Planungswerkzeug können in jeder Phase des Entwicklungsprozesses für die Konstruktion von Leiterplatten oder ganzen Produkten verwendet werden. Mit einer großen Bibliothek an Symbolen ermöglicht dieses Werkzeug den Konstrukteuren einfache, jedoch wirkungsvolle Darstellungen der elektrischen Verdrahtung zu erstellen, die sich ideal für die Projektverwaltung, Produktion und Berichterstellung eignen. Elektro-Konstrukteure können außerdem auf eine umfangreiche Datenbank an Herstellerteilen zugreifen, die regelmäßig aktualisiert wird und direkt in der Software verfügbar ist. Dort können sie beispielsweise nach der richtigen elektrischen Komponente wie dem richtigen Motor oder Kontaktgeber suchen und diese hinzufügen. Mithilfe einfacher, jedoch flexibler Werkzeuge kann der Benutzer Verbindungen zwischen den Komponenten einzeichnen und definieren, unabhängig davon, wo sie sich in der Konstruktion befinden. Darüber hinaus können selbst in dieser Phase Kabel und Drähte zugewiesen werden. In den Kabelfenstern kann der Benutzer ein Kabel aus dem Kabelbestand auswählen und dessen Leiter als Verbindungen zwischen elektrischen Komponenten zuweisen. Es ist zudem automatisch mit den herkömmlichen, detaillierten Schaltbildern mit mehreren Strängen verknüpft, sodass Elektroingenieure die gleichen Komponenten nicht mehrfach verdrahten müssen. Dadurch werden Fehler und Inkonsistenzen vermieden. Der nächste Schritt ist die Erstellung eines Schaltbilds mit mehreren Strängen für die Strom- und Steuerkreise. Zum Glück gestaltet sich dies dank all der Features für elektrische Zeichnungen und der umfangreichen Symbolbibliothek äußerst einfach. Was SolidWorks Electrical jedoch wirklich einzigartig macht, ist die Möglichkeit, vorhandene Konstruktionen, wie zum Beispiel diesen Anlasserkreis eines Motors schnell und einfach zu kopieren oder wiederzuverwenden. Sie können dann entweder die vorhandenen Informationen aus diesem Schaltkreis beibehalten oder den neuen Schaltkreis mit bereits definierten Komponenten verknüpfen. Die Referenzen werden automatisch aktualisiert, ebenso wie die Fertigungsdaten, Teilebeschriftungen und Leitungsnummern. Die Schaltbilder sind exakt auf dem neuesten Stand und entsprechen den Industrienormen. Klemmenleisten, die allgemein üblicherweise zur Verbindung verschiedener Komponenten verwendet werden, können mühelos eingefügt und verdrahtet werden. Komplexe Aufgaben wie die Dokumentation von SPS-Ein- und Ausgängen lassen sich einfach bewerkstelligen, sodass Sie mühelos jedes elektrische System entwickeln können. Außerdem können Sie die vorhandene Arbeit wieder einsetzen und beispielsweise dieses vorhandene Teil des Schaltkreises kopieren und einfügen und so den Entwicklungsprozess beschleunigen. Und Sie können jederzeit die Komponenteneigenschaften und die ausgewählten Herstellerteile überprüfen sowie die erstellten Kontakte eindeutig bestimmen. Zur Vermeidung kostspieliger Fehler sind die Kontakte farbcodiert, um deren Verfügbarkeit in einem Teil anzuzeigen, d.h. ob sie in dem Schaltbild bereits zugewiesen wurden oder ob Ihnen noch ein Schaltkreis zugewiesen werden muss. SolidWorks Electrical ermöglicht Ihnen auch die Erstellung eines präzisen und skalierten 2D-Layouts des Schaltschranks sowie die Generierung verschiedener Berichte. Stücklisten, Draht- und Kabellisten, von Bisslisten oder Listen der SPS-Ein- und Ausgänge lassen sich über den Berichtsmanager auf einfache Weise zum Projekt hinzufügen. Elektrokonstrukteure können so ihre Projekte schnell und mühelos fertigstellen und an die Produktion übergeben. Bestimmte Informationen wie Kabel und Drahtlängen können in einer 2D-Umgebung jedoch nicht berechnet werden. Dies gilt auch für die Optimierung der Verdrahtung von Leiterplatten. Glücklicherweise können Sie mit SolidWorks Electrical 3D einen Schritt weitergehen und Ihrer Arbeit eine zusätzliche Dimension verleihen. Integriert in SolidWorks ermöglicht es dieses Werkzeug, Maschinenbauingenieuren effizient mit dem Team von Elektrokonstrukteuren zusammenzuarbeiten und dieselben Projekte direkt in ihrer vertrauten 3D-CAD-Software zu öffnen. Außerdem gibt es dem Benutzer alle notwendigen Werkzeuge an die Hand, um das elektrische System korrekt in die Baugruppe zu integrieren und die Trennung von Strom- und Signalkreisen sicherzustellen. Zudem ermöglicht es eine vollständige bidirektionale Echtzeitverknüpfung der 2D-Schaltbilder mit den 3D-Daten. So weiß der Benutzer stets, welche Komponenten noch platziert werden müssen und andere Änderungen wie das Löschen von Teilen werden automatisch aktualisiert. Zudem beinhaltet SolidWorks Electrical 3D zahlreiche Features, mit denen Sie in kürzester Zeit mehrere elektrische Komponenten, Leitungen oder Tragschienen einfügen können. Sie können zudem die Leiterplatte automatisch und praktisch im Handumdrehen verdrahten. So können Sie die Verdrahtung im Schaltfeld und in der gesamten Maschine optimieren, die ordnungsgemäße Passung aller Komponenten sicherstellen und die Drahtlängen genau berechnen, lange bevor das endgültige Produkt jemals hergestellt wird. Die Konstruktionsprodukte von SolidWorks Electrical bieten einmalige Möglichkeiten zur Erhöhung ihrer Produktivität und zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Mechanik- und Elektroabteilung. Damit haben Sie einen ersten Einblick in SolidWorks Electrical erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem SolidWorks Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder auf unserer Website. Abschirm Luftfeuer 1 Abwechieren Sie bei der Sác deliver auf! Abwechieren Sie bei der Söhne Abwechieren Sie bei der Söhne